hallo meine lieben noch ein video ich habe mir auch wieder ebay klang anzeigen einen schienenbus mit sound decoder ja wenn wir einmal kurz anfahren so 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 gut ich wechsle mal die locken aus 2 jetzt noch mal auf so 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 Jetzt habe ich die Multimars angeflossen. Ich hoffe man hört es. Nummer 5 ist... Vorsicht zurückbleiben bitte! Was war Nummer 6? Keine Funktion. Nummer 7. Da war glaube ich auch nichts. Bei der 8 reagiert er auch nicht. Druckluft. Zum Personenzug einsteigen, Türen schließen. Fertig! Abfahrt! Achtung! Zehn Minuten Aufenthalt. Wir warten noch auf einen Gegenzug. Achtung! Eine Akkommunikation. Die Akkommunikation. Gut! Die ganzen Sound habt ihr jetzt gehört. Wir starten den Motor, beziehungsweise die Motoren, ja der zwei Motoren. Jetzt wird er dann geschaltet. Wie gesagt, das ist halt nur ein Testgleis. Das ist halt nur ein Testgleis, das ist halt nur ein Testgleis. 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 Da würde ich mal sagen, beende ich jetzt das Video von dem Schienenbus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht sehen wir ja noch ein Video von diesem Gerät hier. Wenn ich dann ein durchgehendes Gleis habe, weil leider habe ich keine anderen Kurven hier. Deswegen habe ich das halt, ist halt nur so ein Testgleis, wenn ich halt wieder was Neues kaufe, dass ich das draufsetze. Und ein bisschen ausprobieren. Und ein bisschen ausprobieren.